Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, heute stehe ich in meiner winzigen Waschküche, Querstrich Abstellraum. Das ist ein ganz schön, ja, kleines, chaotisches Räumchen. Wir kümmern uns heute nämlich darum, Geräte sauber zu machen, die uns extrem das Leben erleichtern und die immer funktionieren müssen. Und zwar spreche ich einmal vom Trockner. Hier unten steht unsere Waschmaschine, die machen wir heute auch sauber. Und dann noch um diesen Gesellen hier, meinen Staubsauger. Der muss auch mal wieder sauber gemacht werden. Ja, alle drei Geräte, geht euch wahrscheinlich ähnlich, sind unverzichtbar, müssen immer gut funktionieren. Und das kann man aber nur sicherstellen, wenn man sie auch pfleglich behandelt und regelmäßig reinigt. Das machen wir jetzt zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, vielleicht kann ich euch ja motivieren, auch mal Waschmaschine, Trockner, Staubsauger, alle möglichen Geräte, die uns täglich helfen, ein bisschen Liebe zukommen zu lassen. Ganz viel Spaß bei dem Video. So, bevor wir richtig loslegen, zeige ich euch mal, was ich jetzt gleich so alles brauche, um diese Maschinen zu reinigen. Ich fange mal hier an mit der Zitronensäure. Die bietet sich viel besser an als Essig-Essenz. Sie entfernt auch Kalk, aber greift eben Dichtungen und Gummis nicht so an. Deswegen nehme ich die Zitronensäure, dann hier meinen Himbeer-Essig. Der kommt natürlich auch zum Einsatz, aber eben nur auf Flächen, die eben kein Gummi enthalten. Dann mache ich mir hier eine Bütt, wie man so schön im Rheinland sagt, mit Spüli, um eben ja von außen die Maschinen zu reinigen. Und dann brauche ich natürlich diverse Tücher. Ob die reichen, weiß ich noch nicht. Aber Mikrofasertücher habe ich genug, sonst hole ich mir Nachschub. Dann geht es jetzt mal los mit dem Trockner. Hier auf dem Trockner stehen immer meine zwei kleinen Wäschekörbe. Die räume ich natürlich erst mal runter, da ich den ganzen Trockner sauber machen möchte. Ihr seht, obendrauf hat sich auch eine Menge Staub angesammelt. Mit meiner Esswischtechnik sieht man ganz gut, dass man den Staub da nicht verteilt, sondern wirklich ganz strukturiert loswerden kann. Ja, dann wische ich natürlich auch den Trockner von vorne ab, die ganze Front und vorne dieses Bullauge, damit der von außen schon mal schön sauber ist. Ja, gerade im Inneren der Tür sammeln sich dann doch auch schon mal ein paar Flusen an. Die werden natürlich bei der Gelegenheit auch einmal entfernt. Die Siebe nehme ich erst mal einfach so raus, um die kümmern wir uns ein bisschen später. Ja, und mit einem feuchten Tuch aus meiner Spülibüt wische ich dann auch von innen die ganze Waschtrommel einmal aus, da auch da natürlich allerhand Flusen im Laufe der Zeit sich angesammelt haben. Ja, und dieses Fach, in dem normalerweise diese Flusensiebe sitzen, auch da seht ihr, sind noch allerhand Flusen in der Tiefe, an die man sonst gar nicht so drankommt, wenn man sich da nicht mal ein bisschen Zeit für nimmt. Ja, natürlich muss dann auch diese Schublade entnommen werden, in der sich das Kondenswasser sammelt. Die reinige ich jetzt natürlich auch noch. Genau, einmal von außen abwischen. Ja, da haben sie so ein paar Flusen in so Rillen angesammelt, da bin ich nur mit einer kleinen Gabel dran gekommen. Ihr seht, da kann man die Flusen ganz gut mit entfernen. Ja, und dieses kleine Sieb ist ganz wichtig zu reinigen, denn da sammeln sich natürlich auch Flusen an. Und wenn das Sieb zu sehr verschmutzt ist, kann der Trockner eben nicht mehr richtig arbeiten. Aber das sah gar nicht so schlimm aus, das Sieb. Ja, da diese Waschkammer oder diese Kammer, in der sich das Wasser sammelt, habe ich einmal mit einem Lappen ausgewaschen. Natürlich komme ich da nur an diese kleine Öffnung dran. Aber das sah auch gar nicht so schlimm aus, da ich das tatsächlich alles auch regelmäßig reinige. Ja, anschließend habe ich das Sieb wieder zurückgesetzt, alles abgetrocknet und die Schublade war schon wieder einsatzbereit. Genau, da steht, dass man die Schublade immer zumachen soll und nicht offen stehen lassen soll. Wahrscheinlich, weil sich sonst zu viel Staub sammelt. Ja, Elena ist früher von ihrem Mittagsschläfchen wach geworden und hat mir dann einfach Gesellschaft geleistet, wie so oft beim Saubermachen. Da seht ihr jetzt diese Flusensiebe. Da haben sich auch noch allerhand Flusen angesammelt gehabt von meiner letzten Wäsche. Die hatte ich noch nicht entfernt. Also einmal die Flusen entfernen und das ganze Ding auch mal ordentlich unter fließendem Wasser abwaschen. Das macht man ja nicht jedes Mal. Zumindest ich mache das nicht jedes Mal. Ja, wir haben zwei Siebe. Das zweite sah auch nicht sehr viel besser aus. Also auch da Flusen einmal raus und das ganze unter fließendem Wasser säubern. Ja, und zum Schluss alles wieder zurücksetzen. Einmal die Schublade wieder zurück. Wie wir gesehen haben, auf jeden Fall immer zumachen, die Schublade. Und die Siebe habe ich eine Zeit lang trocknen lassen und den Rest mit dem Handtuch abgetrocknet. Und damit ist der Trockner fertig. Genau, darunter steht bei uns die Waschmaschine. Auch die habe ich erstmal obendrauf sauber gemacht. Ich komme nicht bis ganz hinten durch, deswegen kann ich nur da vorne die Flusen entfernen. Aber da waren allerhand, wie man sieht. Ja, auch dann die Front und das Bullauge einmal sauber gemacht. Ja, und von innen dieses Glasfenster, da sieht man jetzt nicht so gut, aber da hatte sich doch auch irgendwie allerhand Schmutz angesammelt. Ja, da ist die Schublade natürlich was anderes, weil da das ganze Waschmittel immer drin ist, ist sie natürlich meistens dreckiger als die vom Trockner. Und hier rühre ich mir jetzt meine Zitronensäure an und verdünne die eben mit ein bisschen Wasser und reinige damit dann die Waschmaschine gleich von innen, wie ihr sehen werdet. Genau, da habe ich das feuchte Tuch. Da habe ich allerdings ein bisschen bereut, keine Handschuhe zu tragen, weil diese Zitronensäure doch recht aggressiv ist. Da musste ich mir die Hände hinterher ganz gut eincremen. Ach genau, das Wichtigste tatsächlich ist diese Gummilippe, dass man die ordentlich reinigt. Man sieht, dass ich da schon die Verschmutzungen ansammle, obwohl ich das eigentlich regelmäßig nach der Wäsche auch trocken reibe. Trotzdem sammelt sich da ganz gerne schon mal eine Verschmutzung an oder im schlimmsten Fall sogar ein bisschen Schimmel. Da bin ich dann auch ordentlich mit meiner Zitronensäure gegen vorgegangen, weil das letztlich dann die ganze Wäsche muffig riechen lässt, wenn man das nicht regelmäßig macht. Ja, und diese Waschpulver-Schublade, dieses Innere davon, das habe ich natürlich auch ausgewaschen. Aber da ich das regelmäßig mache, sah das jetzt auch gar nicht so schlimm aus zum Glück. Ja, und ganz wichtig, unten dieses Fach einmal öffnen, wenn man die Waschmaschine ordentlich reinigen möchte. Das restliche Wasser ablassen, was sich noch in der Maschine befindet, durch diesen kleinen Schlauch. Und daneben befindet sich nochmal so ein Flusensieb. Und da sammelt sich alles an, was in der Wäsche drin war. Vielleicht irgendwelche Münzen, die man nicht entfernt hatte aus der Wäsche. Irgendwelche Flusen, deswegen heißt es ja Flusensieb. Genau, das sah jetzt auch gar nicht so schlimm aus, weil ich es relativ regelmäßig mache. Aber ein paar Flusen hatten sich angesammelt. Die habe ich entfernt. Und ganz wichtig, dieses Flusensieb wieder richtig fest einschrauben. Weil sonst, ja, das Wasser aus der Maschine läuft und man hat eine Riesenschweinerei. Also da wirklich drauf achten, das fest wieder einzuschrauben. Ja, und dann habe ich mich um diese Waschmittelschublade gekümmert. Die habe ich dann ordentlich geschrubbt. Vor allem mit einer Zahnbürste und meinem Himbeeressig. Habe ich da versucht, in jede Ecke reinzukommen und habe diese Schublade gereinigt. So, die Waschmaschine ist jetzt wieder richtig schön sauber. Von außen und von innen. Und um sie von innen noch richtig intensiv zu reinigen, werfe ich jetzt einen Spülmaschinentab einfach in die Trommel. Zack, einmal zumachen und ein ziemlich heißes Programm einstellen. Ich entscheide mich jetzt tatsächlich auch mal für das Kochprogramm. 90 Grad, das beseitigt den Kalk. Das tötet alle Bakterien ab, die sich irgendwo noch aufhalten. Deswegen lassen wir die jetzt mal starten. So, der dritte im Bunde heute ist mein Staubsauger. Das ist ein Dyson V11, großartiges Teil. Ich habe nochmal das ganze Haus damit gesaugt, den Behälter geleert. Ihr seht, jetzt ist der Behälter leer und dann kann es losgehen. Genau, den Behälter, den kann man eigentlich ganz leicht auch komplett lösen von dem Motor. Da drückt man unten auf diesen roten Knopf und kann dann diesen Behälter komplett abmachen. Ja, und dann schnappe ich mir den Behälter mal und spüle den unter Fließendem Wasser ab. Mit so einem feuchten Läppchen, dass der richtig schön sauber ist, weil da fängt sich ja immer dieser ganze Staub drin, den man anschließend dann in der Mülltonne entleeren kann. Ja, ganz kurz zu dem Staubsauger. Also ich bin total zufrieden mit dem. Das war eine teure Investition damals, aber es ist auch eine der besten Investitionen für den Haushalt gewesen. Mal eben schnell Staubsaugen können, ohne lässt sich das Kabel irgendwo einstecken zu müssen. Großartig. Und man kann ihn gut säubern, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Also mit einem feuchten Tuch gehe ich dann so rund um diesen Motor. Das kann natürlich alles nicht unter fließendes Wasser halten, das ist ja klar. Aber mit einem angefeuchteten Tuch kommt man da eigentlich auch ganz gut in alle Ecken rein, sodass dann dieser Motorblock auch schon wieder halbwegs sauber ist. Ja, hinten kann man noch den Filter entnehmen. Da seht ihr, der ist auch relativ schmutzig, aber das Gerät hatte mir noch nicht angezeigt, dass ich den Filter wechseln oder sauber machen soll. Normalerweise macht er das auch, aber jetzt bin ich ihm zuvor gekommen und mache den Filter schon sauber. Den kann man auch einfach unter fließendem Wasser abspülen. Da seht ihr, da sind sogar so kleine Wasserhähne drauf abgebildet. Das sollte man doch hin und wieder mal machen. Und dann kam das ganz große Überraschungsei, diese Bürste, mit der ich immer gerne unsere glatten Parkettböden sauge. Die kann man auch einfach auseinanderschrauben. Und was mich da erwartet hat, na, ihr werdet es ja gleich sehen. Genau, also da habe ich mir einen Löffel genommen und hinten diese kleine Schraube gelöst. Dann kann man das einfach an der Seite aufklappen und diese ganzen Rollen entnehmen. Da kam mir schon mal allerhand Haare entgegen in diesem Teil. Naja, es wird gleich noch schlimmer. Ja, überall Haare, ganz furchtbar. Ja, diese Rollen, die sind mit so einem Stoff umzogen, deswegen sind die ganz sanft für den Holzboden. Die habe ich einfach mal kurz auch unter fließendem Wasser abgewaschen. Das ist alles gar kein Problem. Die kleine und die große Rolle und dann natürlich alles gut trocknen lassen. Ja, da kommt schon die erste Überraschung. Da waren so viele Haare drin. Ihr werdet gleich sehen, da hätte man fast eine Perücke draus stricken können, wie viele Haare sich da in dieser Wulst verfangen haben. Also da habe ich echt mit Schere und Messer ganz große Schwierigkeiten gehabt, die überhaupt da abzukriegen. Ja, wie gesagt, da war eine halbe Perücke an Haaren drin. Unglaublich. Also das zeigt mir, ich muss auf jeden Fall häufiger diese Bürste sauber machen. Ich habe das auch nochmal unter fließendem Wasser abgewaschen. Ja, und dann kam der Rest. Also das war wirklich schrecklich. Ihr werdet es gleich sehen. Mir ist es wirklich ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, wenn ihr das häufiger sauber macht, wird es bei euch nicht so schlimm aussehen. Ich hoffe aber, der ein oder andere Mensch ist unter euch, der das auch nicht allzu häufig macht. Genau, da waren so viele kleine Rillen, in denen sich Staub und Dreck angesammelt hat. Da bin ich auch kaum mit dem Messer oder mit dem Löffel dazwischen gekommen. Ich habe da bestimmt 20 Minuten dran rumgewischt. Aber hinterher sah es besser aus. Aber da seht ihr, was sich da an Dreck sammelt auf der Arbeitsplatte. Was da alles in dieser Staubsaugerbürste drin war. Fürchterlich. Also schaut mal bei euch, wie es da aussieht. Ich hoffe, ähnlich wie bei mir. Ja, da bin ich dann hinterher mit dem feuchten Tuch, habe ich das noch richtig da reingedrückt mit dem Löffel, weil man überhaupt nicht mit den Fingern dran kam. Und habe versucht, wirklich allen Staub da rauszuholen. Also hygienisch sauber wie neu, habe ich es natürlich nicht hingekriegt. Aber besser als vorher. Das kam da alles raus. Unglaublich. Ja, 24 Stunden später. So lange muss man immer warten, bis alles trocken ist. Diese Stoffbürsten und alle Teile müssen komplett trocken sein. Dann kann man das alles ganz einfach wieder zusammenbauen. Und die Bürste ist wieder einsatzbereit. Und man hat ein deutlich besseres Gefühl als vorher. Ja, auch der Staubfangbehälter kann wieder ganz einfach an den Motorblock draufgeschoben werden, eingerastet werden und auch der Filter. Und dann ist der Sauger wieder einsatzbereit. Ja, hallo, da melde ich mich nochmal bei euch. Das war jetzt nochmal eine Folge aus der Reihe Dinge, die man zu selten reinigt. Die Waschküchen-Edition. Ja, der Staubsauger war für mich auch eine Riesenüberraschung. Ich hätte nie gedacht, dass diese Bürste so schmutzig ist. Wie sieht das bei euch aus? Ich bin neugierig. Wie oft macht ihr irgendeinen Staubsauger sauber, die Waschmaschine, den Trockner? Eigentlich müssen diese Dinger funktionieren und sonst macht man sich keine großen Gedanken darüber. Wie sieht es da bei euch aus? Schreibt mir doch gerne mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich verlinke euch nochmal oben, beziehungsweise jetzt gleich nach dem Video nochmal die Playlist von allen Folgen aus dieser Serie. Dinger, die man zu selten reinigt. Da habe ich in der Küche schon so einiges gemacht. Vielleicht habt ihr die Videos ja noch nicht gesehen und habt noch Spaß dran. Also, macht's gut, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.